Kundschaft, ta-da! Ich geh schon! Grüß Gott, Frau Boggensack. Ach, das Fräulein-Batsche, was darf's denn sein? Zwei Kilo fetten Hackbraten mit Essiggurken. Hm, haben Sie gewisse Grillparty? Nein, das ist ja Lanz. Ich mein, das ist natürlich, also das hat jetzt... In Hackbraten am Stück oder gekackt? Haken Sie ruhig. Und haben Sie auch einen Fisch, Frau Boggensack? Einen Fisch? Wir haben doch keinen Fisch. Ja, so, äh, naja, einen Hering auch nicht, so einen Salzhering, weil, Herrgott, ich hätte jetzt gerne einen Salzhering, so mit Essiggurken. Sagen Sie mal, Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Sehen Sie, genau das haben die bei der Arabella Vollmeister angesagt, dass man da manchmal eine wenige blöde Farbe kriegt, wenn man, äh... Wenn man was? Nix. Entschuldigung, ist heute doch heute der libanesische Freischäler Stammtisch? Nein! Hätte ja sein können, na dann auch dich. Sagen Sie mal, Fräulein, sind Sie gewiss schwanger? Na, ich doch nicht. Nicht? Äh, also, ich mein, ja, äh, bis einer schwanger schon. Von ihrem Dieter? Hm? Gott, ist das schön. Aber das bleibt halt ganz unter uns, Frau Boggensack. Freilich. Nix sagen, gell? Klar, das geht ja auch kein was auf. Hör da, hör da, sag, wo sind denn die Lebergniedler? Da hinten. Schaust, das Fräulein Batscher ist schwanger. Na, Glückwunnen. Frau Boggensack, ich hab doch grad zu Ihnen gesagt. Äh, wer hast denn? Und weiß auch schon, was er mal werden will? Wer? Na, der, 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 der Dings, da habe ich einen Stamm heute. Das wird auch mal einen Spitzenmetzger. Schasch, es können ja auch einen Madler. Sassen miteinander. Grüß Gott, Herr Gimbel. Sassen Melanie Schnecke. Sakramen, du schaust ja total brutal fettig aus. Na klar, der ist voll schwanger. Ich tät jetzt eigentlich ganz gern zahlen. Schwanger? Wer war denn das? Was macht's denn? Tachelchen zusammen. Grüß Gott, Herr Schauspieler. Bansen, Horsch, hast du die Batscher Schnecken geschwängert? Hachelchen und Puchelchen. Ich möchte dazu gehen. Ah, wohl ja, bloß auch Spaß, Mensch. Grüß Gott, die Herrschaften. Ah, Scott, Herr Klumpfuss. Beifuss ist mein Name. Du, Embryo, du Frucht im Wasser mütterlicher Wärme. Nein, sechzig mache das. Es bläht der Bauch, es quillt die Brust. Was geht denn da vor? Das Freue am Batscher ist schwanger. Schwangere haben in meinem Mann da ein Hausverbot, gell? Bei unehelicher Gebärdung eines Kindes sollte die rechtliche Komponente hinsichtlich vaterschaftlicher Vaterschaften... Der hat Juni-Bau langen meinem Mann da nicht mehr auf. Wenn da war, schwangere Schnecken da... Frau Pockensack, jetzt lass uns alles liegen, ich geh jetzt. Ade. Ja, was hat's denn, Etze? Die Weiber werden aber auch immer empfindlicher. Muttermund tut Wahrheit, Kund. Wenn bei Geburt das Kindlein murrt... Er roh, Etze, ich will nix mehr, Herrn. Nix mehr. Ah, ah, Frau, hätte ich aber schon noch. Welche? Wo ist denn das, Herrn? Ja, da, wo es hingehört. Das glaub ich nicht.